Jo Freunde, gerade kamen neue Aufträge rein und zwar zu Dragon Ball Ausdauertraining heißt das Ganze und dort gibt es zwei Aufträge, die möchte ich euch mal kurz zeigen sammle Kapseln hier auf der Dragon Ball Abenteuer Insel und sammle einen Dragon Ball auf der Dragon Ball Abenteuer Insel auf so, ich zeige euch mal kurz wie das Ganze funktioniert wie kommt man zu dieser Dragon Ball Abenteuer Insel, was ist das für eine Insel dort geht ihr einfach dann hier in den Modus rein, dass ihr Spielauswahl macht und dort gebt ihr Inselcode ein und zwar diesen Code hier 177830922541, dann gebt ihr fertig ein so, dann passiert aber nichts, weil der Code, der existiert noch nicht also der existiert schon, aber der ist noch nicht freigeschaltet das ist gerade ein Fehler noch von Epic Games, ihr kommt also nicht auf die Insel rein ihr seht hier, ich kann nichts jetzt hier weitermachen und ja, das ist gerade zum Stand jetzt, wo ich das aufnehme, kurz nach 11, funktioniert es noch nicht wenn ihr das also seht, kann es sein, dass ihr die Aufgabe aktuell noch nicht machen könnt das soll aber heute im Verlauf des Tages reinkommen dafür gehe ich einmal kurz auf Twitter denn dort hat sie Firemonkey das Ganze einmal gezeigt so, ich bin mal kurz rüber hier, Fortnite Dragon Ball Adventure Creative Map Releases Tomorrow also, das hat er gestern geschrieben, die kommt heute raus Explore Dragon Ball Adventures und so weiter Once Enabled, also kommt erst heute raus, wird erst heute verfügbar gemacht das wird der Map Code sein, habe ich euch gezeigt und so sieht die Insel aus, haben wir auch im Trailer gesehen also, so sieht die aus und dort kommt er dann drauf ich denke mal, das Ganze wird erst heute so um 15 Uhr freigeschaltet das haben die wahrscheinlich verrafft, dass man halt die Aufgaben, dass die schon um 10 Uhr kommen beziehungsweise um 11 Uhr ja, also nicht wundern, dass ihr die nicht machen könnt aktuell noch nicht verfügbar ihr seht aber auch hier zum Beispiel liegt ein Dragon Ball auf der Insel ich hoffe, man sieht es ihr müsst einfach, um die Aufgaben zu machen waren ja jetzt hier einfach die beiden Aufträge ich gehe nochmal kurz drauf hier, sammle ein Dragon Ball müsst ihr einfach liegen, einfach rum also gehe ich von aus, dass sie einfach rumliegen weil hier liegt einer auf der Map ansonsten könnte auch sein, dass ihr hier Aufgaben machen müsst geht einfach rein, falls es schwieriger sein sollte mache ich nochmal ein Update Video dazu ansonsten und ebenfalls Kapseln ich denke mal, die liegen auch hier rum vielleicht an diesen Orten hier da leuchtet ja irgendwas, dass man die findet vielleicht spawnen die einfach irgendwo auf der Insel oder vielleicht müsst ihr da auch hier an dem Board zum Beispiel Aufgaben machen das steht noch nicht fest auf jeden Fall müsst ihr auf diese Insel hier gehen und wie gesagt, die ist halt aktuell noch nicht freigeschaltet das zur Info vor euch, dass ihr da Bescheid wisst ich denke mal 15 Uhr kommt die dann rein vielleicht seht ihr die dann auch direkt hier bei Fortnite X Dragon Ball weil aktuell sehen wir halt nur die Episoden ich denke mal, das kommt auch hier dann rein als Insel deswegen guckt hier ab und zu mal rein ob die schon drin ist ansonsten der Code, den ich euch gezeigt habe sollte dann im Laufe des Tages funktionieren das zu dieser Info wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen teilt es gerne mit euren Freunden dass ihr auch Bescheid wisst ansonsten bis zum nächsten Video haut rein und ciao